Hallihallo willkommen zurück ich bin Sanfinkol und ich spiele Killzone Shadowfall. Ja ich habe zwar bis gleich gesagt aber ich weiß gar nicht wann ich den zweiten hier diesen Part hier hochlade. Im Verhältnis ging ja zum letzten Part wo ich gesagt habe bis gleich. Passt irgendwie nicht aber egal. Ich lade beide gleichzeitig hoch. Mal gucken. Mal gucken wie es die Zeit hergibt. Jetzt muss ich erst noch mal genau abchecken. Das war keine Bombe oder? Das war der Zug. Da runter muss ich. Okay. Wow. Heiliger Bim Bam. Nein 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 bitte nicht. Sniper. Dreck Sniper. Da war eine nachgeladen außer mir. Da hat noch eine nachgeladen. Wie geht der unten? Oh ja, geht der unten. Komm flieg runter. Ja. So. Richtig. Genau so muss es sein. Eine Flugstunde. Aber ich glaube der kommt nicht wieder. Soll ich jetzt da runter oder nicht. Ich muss ja da runter ne. Ich spring da runter einfach mal. Da hoch. Die Sniper sind gefährlich ja. Zum Glück haben die ein tolles Laservisier. Ein super Laservisier. Da freue ich mich immer drüber. Dann kann ich rechtzeitig reagieren. Oh da bin ich richtig. Glaub ich. Hä? Oder auch nicht. Hä? Wo ist denn das? Ich kann hier doch nirgends laufen. Und das verstehe ich aber jetzt nicht. Wie komme ich denn da hin? Soll ich da jetzt da drauf laufen? Balancieren? Ne. Ich muss runter. Haha. Hui. So irgendwann leider. Gehe ich da nämlich weiter zurück. Okay. Dann mache ich das so. Warte ich bis hier der Zug da vorbeirauscht. Hopp. Gehe ich dann hier hoch. Genau. So. Soviel dazu. Mal gucken. Jetzt hier runter. Da ist jetzt die Frage. Wo er erwischt. Was war denn das schon wieder? Super ganz da runter. Hm 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 hm. Snipergewehr. Ja das ist eigentlich auch ganz gut. Ne? Ist blöd dass man seine Hauptwaffe die da nicht ablegen kann. Ich hätte lieber den Sniper noch mitgenommen. Aber okay. Wenn ich jetzt hier runtergehe, erwischt mich der Zug dann auf der Seite oder erwischt er auf der Seite? Die sind so bockschnell, die Züge. Hier geht's runter. Da drüben muss ich hin. Okay. Da kommt der Zug jetzt so. Und ich spinne da runter. Da ist die Leiter. So, und jetzt? Da muss ich hin. Wo komme ich denn da hin? Verdammt. Wenn ich hier runterspringe, gehe ich bestimmt rauf. Das ist die Frage. Bin ich jetzt da falsch gewesen? Hochklettern. Aber wo kletter ich da hoch? Da, wo der Zug dann kommt? Wahrscheinlich, ne? Wie einfach. Nee. Ach. Keine Ahnung, wo ich jetzt entlang muss. Dann dachte ich mir. Ob ich erwischt? Der Zug mich jetzt nicht. Da kommt er schon angestochen. Oh. Okay. Okay, nicht erwischt. Okay. Ich komme hier aber nicht weiter. Ich muss hier runter irgendwie. Ich muss hier zu den... Aber wie geht das? Wie komme ich da hin? Ich verstehe das nicht. Na gut, sehe ich auch nicht viel mehr. Ah, ich kann ja... Stimmt ja. Hier kann ich jetzt ein Seil spannen. Das heißt, wenn ich da runtergehe, stöße ich mich entweder in den Tod... Ich mache es einfach. Ich werde jetzt sehen, wo ich da... Oh. Hier lande ich. Aber ich glaube, da fahren ja Züge, ne? Bin eh falsch. Oh. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Hat der mich weggespult, hey? Hohoho. Alter Schwede. Mein lieber Herr Gesangsverein. Puh. Wollen wir erst mal Luft holen. Wie komme ich denn da hin? Verdammt. Wie komme ich da hin? Das ist die Frage. Vor allem habe ich die Sniper jetzt schon wieder... Oder wie, oder was? Opsa. Das war Alarm. Nochmal. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, kaputt gemacht. Muss ich erst mal wieder selbst reparieren. Alter, wenn man Kopfhörer auf hat, und dann kommt der Zug, und der rotzt sich da weg von hinten. Das macht so einen Schlag. Alter Schwede. Da erschreckt man wirklich. Könnt ihr mir glauben. Und wenn man noch so schreckhaft ist wie ich, dann ist es nochmal so schlimm. Ich springe jetzt wieder runter. Oh, irgendwie bin ich verkehrt. Irgendwie bin ich verkehrt. Komm, nochmal runter springen. Mensch, hör doch mal auf, du blöder Zug. Erschreck mich jetzt so. Da muss ich hin. Das ist der Zug. Da muss ich hin. Okay. Dann bin ich jetzt, glaube ich, eher auf dem richtigen Weg. Hoffe ich zumindest. Das zieht mir danach aus, bis ich da hin muss. Jetzt war ich aber erstmal, bis der Zug wieder da durch ist. Sonst kriege ich da wieder Haue. So, jetzt zum Beispiel. Und da rüber. Und da hoch. Okay, so. Ja. Ah, genau. So wird ein Schuh draus. Jetzt warte ich hier, bis hier der Zug kommt. Jetzt gehe ich da runter. Zack. Dann gehe ich hier runter. Ich hoffe, das wird was. Ja. Okay, dann hier runter. Bin ich jetzt richtig hier? Ja. Ich hoffe doch mal. Puh. Oh, oh, oh. Hat's euch erwischt? Nee. Warum nicht? Und da? Ich möchte keine Überraschung. Okay, die ist zu, die Tür. Nochmal checken. Ja. Mal checken. Dann wollen wir erstmal anders. Okay, dann öffne ich die Tür. Oh, oh. Wohlsa, 1-8. Ich bin im letzten Waggon. Überall Sprengsätze. Mist. Die Bombe ist in Reihe geschaltet. Keine Zeit zum Entschärfen. Und jetzt? Ja, das. Wie das Sprengo ist, das Video? Der springt. Spring! Der ist sehr mutig ohne Fallschirm. Sehr mutig. Okay. Los, los. What? Ihn hier. Oh, das ist gar nicht so einfach. Halt mal die Mühle. Was ist das? Ja, geschafft. Puh. Und jetzt? Geschafft oder geschafft? Ja, geschafft. Oh, cool. Glückwunsch, Soldat. Dankeschön. Du hast viele Leben gerettet. Ja, hab ich. Danke. Heute ist der erste Tag eurer Buße. Wir haben ein Signal. Er ist hier in Westvectan. Wir konnten ihn bislang nie sicher orten. Wir haben wieder so ein Gestörter wie, wie, wie der Reddick oder wie Sari aus, aus Kills und zwei und drei. Oder drei, zwei, zwei, zwei. Lifte sind deaktiviert. Wir evakuieren die unteren Ebenen. Tyron wurde in den oberen Ebenen gesichtet. Geh da rein und befreie mit dem Bodenteam die Geiseln. Unter uns. Tyron hat Priorität. Ist das klar? Ja, klar. Okay. Und aussteigen. Auch noch Sondermünsche. Tyron am Spieß. Okay. Ups. Gut. Ah. Sie entscheiden, Sir. Ja, ich entscheide. Das ist eine Pumpgun. Da liegen ein paar Waffen rum. Die sind nicht schlecht vielleicht. Aber ich behalte die. Die finde ich gut. Und voll ist sie auch. Wir wurden entdeckt. Einsatzteam bereit zum Angriff. Los, los, los. Ziele überprüft. Darunter sind auch Geiseln. Oh, oh. Geiseln sind da unten. Sie sind Feuer. Der Kiebel geht. Feuer ein. Ah, Hilfe. Oh, das sind meine eigene. Oh, Entschuldigung. 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 Ey, wo denn? Heimat. Mein Volk. Abgeschlachtet habt. Aua. Wo denn? Ey, von wo denn? Ah, von oben. Ich glaube, ich kümmere mich erst mal an wie der Jungs da unten. Oh, sieht aber helflich aus hier. Äh, ja. Hier, mein Kollege, geh mal rein, mein Freund. Irgendwer schießt da noch auf mich, glaube ich. Oh, da. Na warte, was soll denn das? Feinde erledigt. Wir brauchen sich Kontakt. Ich mach mal die Tür auf. Sich-Kontakt. Ha. Ha. Was ist mit den Geiseln? Ausschwärme! Geht auf seine Flanke! Okay. Ja, die hole ich. Wir müssen zurückschlagen. Die hole ich dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zu Killzone Shadowfall. Hier war Sanfinkol. Bye, bye. 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 Vielen Dank.